Sylvie Mais ist immer für eine Überraschung gut. Jetzt zeigt sich die schöne Blondine total verkuschelt auf dem roten Bambi-Teppich. Doch der Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter. Diese intensiven Blicke schenkt die 40-Jährige Riccardo Simonetti. Der Influencer scheint Sylvie komplett den Kopf verdreht zu haben, denn diese hat nur Augen für ihn. Da verbindet die beiden wohl eine tiefe Freundschaft, denn ein Liebespaar sind Sylvie und Riccardo dann doch nicht. Erst kürzlich hat Sylvie einen Gastauftritt in der E-Entertainment-Sendung des Influencers Riccardo's Dreamdate Fan Edition. Dort erleben Fans ganz persönliche Momente mit ihren Stars. Auf dem roten Teppich zieht die Moderatorin die Blicke aber auch in ihrer umwerfenden Robe auf sich. In ihrem langen, beigen Wahnsinnskleid mit silbernen Glitzerverzierungen haut sie alle um. Der seitliche Schlitz gewährt dabei einen Blick auf ihre super schlanken Beine. Bei dem Anblick verbringt Riccardo sicherlich gerne als ihr guter Freund den Abend an ihrer Seite.